Da war ich 15 und habe das erste Mal in der Bundesliga gespielt. Also es war mein erstes Big-Blade im Spiel, wo ich einen Runner, der von drei nach Home gestealt ist, ausgeworfen habe. Das war der größte Moment, das größte Spiel. Idol meiner Jugend? John Cena. Freiheit. Shooter. AC-DC-Thunderstruck. Pfannkuchen mit Apfelmus. Tidesurfen. Mountainbiken. Klettern. Klettern. Tidesurfen. 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 Bis zum nächsten Mal.